Geile Leute, geile Attitüle, passen zu uns. Freunde, Freundschaft, Saufen, Spaß, Musik, Geilraum, Geilraum, Einwort. Sind schön und jung, vor allem jung. Du musst nur in einem Wort machen, auf dem Boden. Deswegen fängst du an. Ich kann nicht mehr. Laut. Derb. Geil. Eins fehlt noch. Mega krank, krass. Saufen, 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 saufen. Das sind Verben. Ach, Adjektive. Weißt du überhaupt. Happy Birthday to you. Nix. Komm. Zehn Jahre Audiolied ist das Thema heute. Seit einem Jahr bin ich bei Audiolied. Seit einem Jahr verdiene ich Geld mit Musik. Ich arbeite hart, eine Stunde pro Tag. Guckt mein goldener Anker, 100 Karat. Die Schuhe poliert, der Einzug maßgeschneidert. Ich nehm es ernst, weil ich Spaß dabei hab. Zehn Jahre Audiolied. Es kommt dann fast wieder wie 20. Und äh, ein uraltes Label, das geilste Label der Welt. Hat ein Semper rausgebracht, weil sie zehn Jahre stehen. Ja, ja. Und unter anderem Songs drauf. Und äh, Schau mir auch, dass du erfreitest. Ein bisschen Millionär und Spaß. Musik, es geht um Business. Und um ULALA Urlaub das ganze Jahr. Traum schlank, weißer Sand und das Wasser ist klar. Ach und eins noch. Mein lieber Lars, jetzt pass mal auf hier. Jetzt kriegst du auch mal ne flotte Ansage. Nämlich, ich wollte nur ernsthaft zum Niveau starten. Du bist schon zehn Jahre alt, weil du anfängst zu rauchen und zu trinken. Es gibt viele gute Menschen beim Audiolied. Im Topel-Orchester-Bach, der Co-Büter, keine Sache. Musik, man kennt ja den allgemeinen Spruch. Versoffen, sagen wir mal. Allgemeinen Sprachen. Fangen wir doch mal von hinten an. Fangen wir doch mal von hinten an. Audiolied bezahlt und so. Ich bin heute extra nach Hamburg gekommen, um mit euch euren zehnten Geburtstag zu gefeiern. Und den elften und den zwölften und den dreizehnten war ich auch gerne. Und den zwanzigsten. Und wenn wir dann alle zusammen dreißig werden, dann haben wir dann auch. Auf die nächsten 20, 40, 50 Jahre gute Zusammenarbeit. Sprichstoff und Audiolied. Eine große Familie. Ich glaube, jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass es nochmal zehn Jahre gehen kann bei ihm. Und das ist schön. Und ich glaube, das würde ich ihm wünschen. Weil er der Kunde bleibt so und dein Ding so macht. Also dann sage ich lieber, ich wünsche Audiolied für die Zukunft alles Gute. Und hoffe, dass noch sehr viele Bands über Audiolied Musik machen. Hallo, mein Name ist Lars Leverenz. Ich bin mit Arthur Schock verheiratet. Sie sehen ihn hier. Hallo, ja, wir haben geheiratet. Bald ein Jahr. Es war der 12.12.2012. Da haben wir geheiratet. Und wir befinden uns hier gerade im... Immer noch glücklich. Genau. Im Millanthor-Stadion. Und wir feiern heute hier zum 10-jährigen Bestehen der kleinen Firma Audiolied. Einen Sampler, der nennt sich Doin' Our Thing. Dieser Sampler beinhaltet 18 neue Lieder von so schönen Künstlern wie Tubbe, Supershirt, Treibourcester, Frittenbruder, Ira, Atari, Fuck, Alice, Dance, Click & Decke, Puppetur, Captain Gips, Neon Schwarz, Ecotronic, Bonnetstress, Bratze, Joanie und Feine Sahne Fischli. Und eine kleine Bonusplatte von den Stiftled Spinners. Neue Tracks von Calippo, Gimmicks, Rampew, Torsten Teichgräber und Crink. Nicht nur. Genau, diesen Sampler feiern wir heute hier. Aus gegebenem Anlass seid ihr, liebe Freunde, auch wirklich hier und wart mit uns dabei, auch den siebenjährigen Geburtstag von Viva Con Agua zu feiern auf einer Open-Air-Bühne. Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Es war wirklich hervorragend, muss man sagen. Das ist ja wunderschön, das Wetter war gut, die Leute waren nett, die Musik war gut, mein Papa war da, wirklich. Die Extraterrestriale haben... ...no testicles.